There's a voice inside the silence, hear it whispering your name. Herzlich willkommen bei mir im Studio, liebe Zuschauer, Bewusstseinsfreunde und philosophieinteressierte Spiritualisten, was auch immer ihr seid, Materialisten, Menschen sind wir alle. Und jetzt habe ich die Freude, euch mein neuestes Buch vorstellen zu dürfen. Es heißt Auf ein Wort und ist im Great Life Verlag erschienen. Wir haben uns gedacht, wir machen euch ein kleines Geschenk und würden den zehn ersten Bestellern vom E-Book ein handsigniertes Buch von mir zuschicken als Geschenk. Was erwartet dich in diesem Buch? Schau, ich habe über mehr als zehn Jahre, 15 Jahre oder vielleicht sogar 20 Jahre, die Zeit vergeht so schnell, ich weiss das nicht genau. Aber über viele, viele Jahre wurde ich interviewt von dieser Zeitung Die andere Realität aus Gladbeck, dessen Chefredakteur Dieter Wiegowski mir spannende Fragen gestellt hat. Und hier findet ihr alle Fragen und alle Antworten in einem Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist spannend, es ist humorvoll, es ist provokativ, es ist einfach typisch Bruno. Und am liebsten signiere ich dieses Buch nämlich gerade für dich. Und zwar mit der ganzen Liebe und Freude meines ganzen Herzens. Und jetzt einfach unten im Link schauen, wo es hingeht, bestellen, dich freuen. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Lesen und freue mich natürlich immer auf Feedback. Liebe Grüße aus der Schweiz, auch an Great Life Verlag aus dem Free Spirit TV Studio hier. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis bald.